Hallo und herzlich willkommen bei Herzenspferd. Ich bin Christina und heute zeige ich euch meine Lieblingsprodukte für Reiter. Erstmal vorweg, keine dieser Produktvorstellungen ist gesponsert. Das heißt, niemand bezahlt mich dafür, dass ich hier diese Produkte zeige. Ich nutze die einfach permanent und finde sie richtig gut. Ich würde auch sowieso selbst bei gesponserten Sachen immer nur das vorstellen, was ich gut finde. Aber wie gesagt, für keines dieser Produkte bin ich bezahlt worden. Mein erstes absolutes Lieblingsprodukt ist meine Reit-Leggings von Royal Horseman. So sieht sie aus. Sieht man jetzt hier natürlich nicht besonders gut. Es ist halt eine Reit-Leggings. Und es gibt viele Reit-Leggings auf dem Markt. Ich liebe die allgemein total, weil sie einfach super, super bequem sind. Aber die von Royal Horseman finde ich einfach besser als die meisten anderen, weil sie so ein paar Punkte hat, die andere nicht haben. Also erstens mal hatte ich vorher eine Reit-Leggings ohne jeglichen Besatz oder Grip oder sonst was. Das ist alles schön und gut, aber man hat natürlich ein bisschen weniger Halt. Und die von Royal Horseman hat hier so einen Grip. Ich zeige das mal. Ja, hier stellt es auch scharf. Und normalerweise bin ich überhaupt kein Fan von Silikon-Grip, weil der entweder irgendwie komische Abdrücke macht oder es klebt einen total seltsam in den Sattel. Also ich mag das nicht, wenn der Grip einen so fest klebt, weil ich oft auch auf längeren Touren unterwegs bin und dann man dazu neigt zu scheuern. Also wenn der Grip zu viel klebt, bedeutet das für mich scheuern und das mag ich überhaupt nicht. Aber der Royal Horseman Grip, der ist einfach so, ich weiß nicht, was die anders machen, aber der gibt Halt ohne zu kleben. Also es ist so vom Gefühl her fast so ein bisschen eher, als hätte man einen Lederbesatz oder einen Kunstlederbesatz. Und der ist auch super flach, dieser Grip, den merkt man kaum. Also er macht keine Abdrücke im Sattel oder sonst was. Und ihr seht auch, das hier ist in der Sitzfläche. Moment, ich muss hier mal gucken, dass das irgendwie scharf ist. Ja, also das hier ist die Sitzfläche. Ich nutze diese Hose jetzt schon seit über einem Jahr. Da rubbelt nichts ab, da sieht man überhaupt keinen, ne, man sieht, wenn ich das jetzt vergleiche, zum Rest. Also der Besatz geht auch bis runter zu den Knien, ist alles da. Ja, hat sich eigentlich zum ursprünglichen Zeitpunkt, als ich sie gekriegt habe, nicht wirklich verändert. Regelmäßig gewaschen. Ich hatte sie auch letztes Jahr sechs Wochen in Island mit, wo ich wirklich jeden Tag viel auf dem Pferd gesessen habe. Und ja, hält alles wunderbar. Was ich auch super finde, sind die Handytaschen an der Seite. Und die sind so, dass man da, also erstens mal sind sie super tief. Das heißt, also ich kann meine komplette Hand bis hierhin reinmachen. So groß ist kein Handy. Und da passt alles gut rein. Das schließt dann auch oben wieder ab. Also da kommt mir dann auch kein Dreck oder Staub in meine Lade- oder Kopfhörerbuchse. Und die sind so gesetzt, dass ich auch während des Reitens das Handy gut rein- und rausmachen kann. Also manche Taschen sind für mich zu hoch. Und dann habe ich da so ein bisschen diesen Knick in der Hüfte. Und es ist irgendwie, also nicht in der Hüfte, sondern zwischen Oberschenkel und Hüftknochen. Und dann ist es irgendwie schwierig, das Handy da reinzumachen. Dann finde ich gut, sie hat Gürtelschlaufen. Ja, also ich brauche die ja eigentlich bei einer Rite-Leggings, hat für mich zumindest mal den Sinn, dass die so gut sitzt, dass die nicht rutscht und ich keinen Gürtel brauche. Und wenn ich da einen Gürtel dran habe, dann liegt es auch daran, dass ich dann eine Tasche dabei habe oder sonst irgendwas, was ich am Gürtel festmachen will. Also es geht nicht darum, die Hose oben zu halten, sondern den Gürtel nutzen zu können, um da noch irgendwas dran zu befestigen. Finde ich super gut. Und gerade, weil ich oft beim Reiten mal Kameras oder sonst irgendwas dabei habe. Und für mich auch absolut, es ist so einfach, aber die anderen sind irgendwie nicht drauf gekommen. Hier, das ist der Bund der Hose unten. Hier gibt es innen auch noch so einen Silikonstreifen. Und der verhindert, dass dir die Hose hochrutscht. Also ich nutze die Hose gerne auch mal ohne Stiefel oder Chaps. Also ich habe dann nur Reitschuhe an. Und viele andere Hosen rutschen dann halt hoch. Die hier nicht, eben weil sie diesen Silikonstreifen hat. Und das ist so ein Game Changer. Also ich finde das einfach super genial. Wie gesagt, Reit-Leggings von Royal Horseman. Ich verlinke die unten in der Infobox und habe auch noch einen Rabatt-Code für euch. Ich glaube, es sind 15% alle Infos und der Code unten verlinkt. Und die gibt es natürlich auch in anderen Farben als diesem langweiligen Blau. Aber ich bin so ein bisschen, ja, schwarz, blau, grau, braun sind so meine Reit-Farben. Aber die haben ganz viele unterschiedliche Farben, auch so Kami und was weiß nicht. Dann habe ich quasi passend zu den Reit-Leggings direkt mein nächstes Lieblingsprodukt. Das ist super unspektakulär. Sind nämlich diese Chaps vom Krämer von Steeds. Also die Billigmarke vom Krämer. Und die kosten, keine Ahnung, 15 Euro oder so. Ich weiß es nicht mehr. Sind jedenfalls sehr günstig. Aber ich finde die super, weil die halten auch ewig. Und sie sind bequem, weil sehr flexibel. Es gibt sie in allen möglichen Größen. Also ich habe oft Probleme, passende Chaps zu finden. Gerade wenn es so Hardschaft-Dinger sind oder so. Super nervig. Hier bei denen finde ich immer was Passendes. Und die nutze ich halt einfach gerne, wenn ich, also ich reite oft mit Jodpo-Reithosen. Super, super oft eben mit dieser Reit-Leggings. Und wenn es mir damit ein bisschen zu kalt wird, habe ich die hier gerne an. Oder bei längeren Wanderritten, wenn ich weiß, es wird matschig und dreckig, weil dann kann man die anziehen, am Ende des Tages ausziehen und man hat dann trotzdem saubere Beine. Oder wenn ich weiß, ich gehe am Meer reiten, weil das Wasser spritzt immer und damit hat man dann einfach trockene Füße, trockene Beine. Oder wenn ich weiß, ich bin irgendwie in Gelände, wo es Büsche, Dornen, sonst irgendwas gibt und das schützt dann eben einfach nochmal die Beine und verhindert auch, dass die Reit-Leggings oder die Reithose kaputt geht. Also ich weiß noch, als ich in Indien reiten war, sind wir zwei Tage durch relativ dorniges Gelände in den Bergen geritten und da waren diese Dinger Gold wert. Und dann passt es quasi gerade den dritten im Bunde meiner Reitausrüstung und zwar sind das meine Wanderschuhe von Lova. Die sind super alt, die habe ich mir 2013 gekauft, also jetzt sieben, acht Jahre. Und natürlich sind die da ein bisschen teurer, aber ich meine, was haben die gekostet? Also 180, 190, 200 Euro, aber die halten schon so lange, da ist nichts dran kaputt. Die sind super genial, die haben, ihr seht, hier auch so einen kleinen Absatz, also zum Reiten, dass man nicht in den Bügel reinrutscht, passt das auch. Und natürlich sind das jetzt keine schicken Reitschuhe, die jetzt irgendwie super zum Dressur reiten, was weiß nicht. Aber ich nutze die total gerne beim Ausreiten, bei Wanderritten, weil es sind eben Wanderschuhe. Das heißt, ich kann auch mal absteigen, ich kann damit längere Strecken durch die Gegend laufen. Ich habe die, also das hier sind tatsächlich meine Island-Schuhe, ich habe die in Island immer dabei, weil ich weiß, okay, ich laufe den ganzen Tag am Stall rum, zwischendurch reite ich, dann laufe ich wieder in der Gegend rum. Und ich brauche halt Schuhe, die robust sind, die Feuchtigkeit abkönnen, die Dreck abkönnen, mit denen ich aber auch gut im Sattel stehe und auch einfach gut laufen kann. Also so ein ordentliches Paar Wanderschuhe mit Absatz natürlich ist echt Gold wert. Ich weiß gar nicht, ob dieses Modell von Lova noch hergestellt wird, aber es gibt halt super viele unterschiedliche Modelle von Lova. Es gibt auch andere Wanderschuhhersteller, die sehr renommiert sind. Und da muss man natürlich immer gucken, was so für den eigenen Fuß passt. Aber ich liebe meine Lovas auf jeden Fall. Ich glaube, die hießen Renegade oder sowas. Ich kann es auch innen drin nicht mehr lesen, weil sie einfach so alt sind. Ja, also kann ich echt nur empfehlen, sowas auch zu haben. Natürlich habe ich auch schickere Reitschuhe, wenn jetzt Tressou-Unterricht oder sonst irgendwas ist. Aber ja, meine Lovas haben auf jeden Fall den meisten Nutzen. Dann für auf den Kopf. Ich bin großer Kasko-Fan. Das wird wahrscheinlich kein Geheimtipp mehr sein, dass Kasko-Helme gut sind. Aber ja, der ist, oh Gott, ignoriert, dass er so ein bisschen dreckig ist. Ich muss auch mal nochmal austauschen. Also Helme sollte man sowieso immer austauschen, wenn man gestürzt ist. Und ansonsten, je nach Hersteller, alle fünf bis sieben Jahre wird auf jeden Fall mal nochmal Zeit bei dem. Das Coole ist halt auch, man kann dieses Innenfutter hier rausnehmen und reinigen. Und man kann hier hinten so die Größe ein bisschen anpassen. Ja, Kasko-Helm halt. Aber ich bin echt vollkommen überzeugt davon. Ich habe seit, ich weiß es nicht, 20 Jahren Kasko-Helme und bin auch schon gestürzt mit Kasko-Helmen. Und bisher haben sie meinen Kopf immer sehr gut geschützt. Und ja, ist schön leicht, hat gute Belüftung. Also kann ich echt nur empfehlen. Dann für die Mädels unter uns ist, sorry Jungs und Männer, ihr seid jetzt einmal kurz raus, Sport-BH zum Reiten. Die Mädels wissen es ganz, ganz wichtig, weil wenn man keinen ordentlichen Sport-BH anhat, kann das unangenehm werden. Und ich schwöre auf die, ja, auf die Schock-Absorber. Die gibt es auf Amazon, kostet irgendwie um die 40 oder 50 Euro. Ist natürlich nicht billig, aber die halten auch ewig. Und die gibt es vor allem in allen möglichen Größen. Das ist super gut. Die sind hinten, so über Kreuz werden die festgemacht. Und da kann man nochmal die Länge einstellen. Und das gibt einfach einen super Halt. Also ich trage die tatsächlich auch zum Joggen. Und da hat man ja oft nochmal ein Stück weit mehr Impact als beim Reiten. Und ich bin absolut überzeugt, von denen kaufe ich mir auch seit, ich weiß es nicht, 15 Jahren immer wieder nach, wenn einer durch ist. Also ja, finde ich einfach super gut. Gehe einen richtig guten Halt. Dann gehen wir einmal zum Pferd. Ich bin großer Fan der Seilerei Brockham. Die haben so Horsemanship-Boden-Arbeitsseile. Je nachdem, was man möchte hier mit Ledersnap oder ohne mit unterschiedlichen Snaps hier. Das hier ist so ein Sicherheitssnap. Den kann man hier einmal drehen, dann ist er auf. Aber das Pferd kann sich jetzt nicht wie beim Karabinerhaken den aufreißen. Nicht einen Karabinerhaken, diese anderen Dinger. Also finde ich eigentlich super gut. Und die haben ganz viele Sachen. Also da gibt es Knotenhalfter, da gibt es Bodenarbeitsseile, da gibt es Halsringe. Brockham hat da wirklich eine super gute Qualität. Die Sachen halten auch ewig. Gibt es in ganz vielen verschiedenen Ausführungen und Farben. Ich kaufe das Zeug bei meiner Freundin Petra im Shop. Der Pferdeflüsterei, da kann ich euch auch gerne einen Link unten reinpacken. Wirklich super gut. Und als letztes kann ich das Physio-Ridepad von Barefoot absolut empfehlen. Das blende ich jetzt nur mal hier als Bild ein, weil es gerade am Stall ist und sehr dreckig. Ich muss es echt mal sauber machen. Und das finde ich einfach super gut, weil es einmal wahnsinnig guten Halt bietet. Also da ist man echt wie reingeklebt. Das ist total bequem. Und im Unterschied zu vielen anderen Reitpads hat es eben so ein bisschen Wirbelsäulenfreiheit und man kann es auch noch aufpolstern. Also ich habe hier, weil ich die im Moment nicht drin habe, gibt es für beide Seiten diese Polster, die man dann noch reinmachen kann. Und das gibt dann nochmal ein bisschen zusätzlichen Schutz für den Pferderücken. Also je nachdem, wie das Pferd aufgebaut ist, wie sein Rücken aussieht, kann man da immer nochmal unterpolstern. Und das finde ich einfach super praktisch, weil man das dann so ein bisschen flexibler anpassen kann. Wichtig drauf zu achten bei solchen Reitpads ist, dass da keine Steigbügel dran sind, weil die meistens dadurch, dass es da eben nichts gibt, was das Gewicht über den ganzen Rücken verteilt, hängen die Bügel quasi an einer Aushängung und dann so an einem Punkt vom Pferderücken. Wenn du dann da mit deinen Füßen drin stehst und da Gewicht drauf bringst, dann kommt da immer so ganz punktuell auf diesen einen Punkt am Rücken Druck. Und das ist natürlich fürs Pferd nicht gut. Also es gibt ganz unterschiedliche Ausführungen von solchen Barebackpads. Und in der Regel ist es so, dass diese ganz billigen, die man auf Amazon findet oder sonst wo mit Bügeln eben nicht besonders gut sind. Da muss man schon ein bisschen mehr Geld ausgeben. Soweit ich weiß, gibt es auch Sättel, die dann Bügel haben, die aber auch nochmal anders aufgebaut sind. Also da muss man sich ein bisschen mit befassen. Und in der Regel ist es aber so, dass man eigentlich fast sagen kann, wenn das Pads sehr günftig ist und da Bügel dranhängen, dann ist es eher schädlich fürs Pferd. Also die Barefootpads sind super, die Procampads sind super, andere habe ich noch nicht getestet, aber die zwei sind auf jeden Fall eine gute Sache. Gibt es auch in ganz vielen unterschiedlichen Farben. Meins ist schwarz, weil ich wie gesagt langweilig bin und alle meine Reizsachen schwarz, blau oder braun sind. Ja, das war es erstmal mit meinen Produktempfehlungen. Es gibt da natürlich noch viele andere Kategorien. Falls euch das interessiert, schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Schreibt auch gerne mal eure Lieblingsprodukte in die Kommentare. Ich freue mich immer über Tipps zu neuen Sachen. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ciao!